Passend zu meinen Boxis gibt es als Option zum Buchen noch eine Fotobox von mir. Da können sich die Gäste dann selber fotografieren. Und die Bilder kann man gleich kontrollieren auf dem Bildschirm und kann dann ab dem Folgetag kostenlos anschauen und downloaden auf der Webseite mixi-event.de Natürlich wäre die Bilder passbar geschützt. Man kann dann immer nur von dem Event, wo man auch wirklich dabei war, die Bilder anschauen und downloaden. Wie gesagt, die Box kann man mieten, aber nur als Umsatzoption zu meinem Boxiselt. Alle Infos natürlich auf www.mixi-event.de Tschüss! Betrachtung